Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 Thieves' End. Wir sind immer noch auf dem Weg Richtung Kathedrale und wollen den Schatz von Captain Avery bergen, aber uns stellen sich große Probleme breit, denn wir finden den Weg einfach nicht. Das haben wir letzte Episode hier festgestellt. Ich finde es einfach nicht den Weg, wie es weitergeht. Ich habe hier alles nochmal abgesucht und habe nichts gefunden, aber ich vermute mal, wir müssen wirklich irgendwie hier über die Seilwinde, äh nicht Seilwinde, aber über dieses Ding, müssen wir irgendwie runter. Das ist das Einzige, was mir hier markiert wird, wo es weitergehen kann. Meint ihr da links? Ich versuche mal darüber zu schwingen. Von hier aus kriege ich das hin? Autsch. Okay, es hat irgendwie geklappt. Ja, das war voll offensichtlich, dass man hier hochklettern kann. Ja, vor allen Dingen ohne Handschuhe, ne? Ja, mit den kalten Steinen und dann ohne Handschuhe. Ich meine, okay, mit Handschuhen ist, glaube ich, eh nicht so gut mit Klettern, ne? Wie ist denn das eigentlich, wenn man die richtig hohen Höhen klettert? Da braucht man doch Handschuhe, ne? Sonst frieren einem doch die Finger ab. Aber mit Handschuhen kann man doch gar nicht richtig greifen. Das ist doch auch scheiße. Wie machen die Bergsteiger das? Das ist gerade echt voll die interessante Frage. Muss ich mich hier fallen lassen? Okay. Oh Gott. Wuhu. Autsch. Ah. Wohin jetzt? Da in die Felswand wahrscheinlich, oder? Muss ich wahrscheinlich ein bisschen höher? Oh, dieses Rad da oben. Das hält aber auch nicht mal lang, oder? Wo ist er denn? Was für ein Freak. Die beiden sind schon echt verrückt. Nate und Sam. Die beiden Verrückten. Und weiter geht's. Oh, oh. Oh, oh. Wow. Oh, oh. Oh. Hey. Schieß nicht mit Stein auf uns. Sam. Ist alles okay? Ich mach mal gerade die Untertitel an. Gibt's sowas wie Untertitel? Bestimmt, oder? Denn manchmal versteht man ein bisschen schlecht, was die sagen, finde ich. Audio? Äh. Nee. Spiel. Ah, Untertitel. Untertitel 1. Was ist denn herausfordernd? Ach so. Okay. Na. Lassen wir mal auf Mittel. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert mit den Untertiteln. Kann man die nicht ein bisschen kleiner stellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Nee. Sieht nicht so aus. Das gibt's aber auch wirklich so gut wie nie. Dass man die Untertitel dann noch verändern kann grafisch. Die find ich nämlich ein bisschen groß, den Text. Na ja. Was? Der ist schon da oben? Ach so. Der ist nicht runtergefallen, so wie hier. Die beiden Bekloppten. Von hier aus komm ich nicht zu dir. Juhu. Okay, da konnte ich mich festhalten, wie's scheint. Und hepp. Oh, mach nicht. Ich fühl meine Hände nicht mehr. Ich glaub, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Ach, keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Wieso soll sich sein Blut verdünnt haben? Ich helf dir hoch. Komm schon. Danke. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause. Mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? Fünf? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Na ja. Ganz genau. Heißer Kakao ist echt cool. Ich trinke aber auch gerne kalten Kakao. Vor allen Dingen wartet Elena zu Hause. Er hat sie angenogen. Ich versteh nicht, warum er ihr nicht die Wahrheit gesagt hat. Sie hat ja sogar gesagt, er soll weiter auf Abenteuer gehen. Klar, sie hat nicht gesagt, er soll sich umbringen, aber... Für das andere Abenteuer war sie ja auch. Muss ich mich hier wahrscheinlich runterfallen lassen, ne? Machen wir direkt die Hauruck-Variante oder versuchen wir zu schleichen? Ich versuch mal zu schleichen. Nö, nö, hier ist nix. Komm nur mal her. Zack! Oha, der hält sich ganz fest. Krass. Uh, damit hab ich gerade gar nicht gerechnet. Das wär jetzt voll cool, wenn einer nach dem anderen hier hinkommt. Da ist nix, ne? Nichts, nur. Alles sauber. So, und da oben kann ich eigentlich auch von der Klippe holen. Oh wow, hier ist ja voll viel los. Mist. Das wird ein Problem. Obwohl, jetzt könnte ich den vielleicht ausschalten, das sieht niemand. Zack! Abflug! Hat der ja nichts mitbekommen, oder was, der Typ? Oh nein, hat er nicht gesehen. Ah, egal. Ich bin wieder rumgeballert, Leute. So wie ihr es gewöhnt seid bei mir. Ein Fell nach dem anderen. Oh, schöner Schuss, Sam. Ein rotes Fass. Komm her. Komm her zu uns. Los! Alter. Das hat nicht geklappt. Miese Sache. Sam, der hilft echt gut mit. Muss man sagen. Ist der tot? Danke, Sam. Ich befürchte, das wird es noch lang nicht gewesen sein. Oh, was ist das für ein Ding? Sieht aus wie eine großkalibrige Waffe. Aber ich behalte mal unsere... Hier unsere... Unsere kleine... Para, glaube ich, hieß sie. Die habe ich in den Vorgängern schon immer gerne gespielt. Muss ich... Autsch. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier lang? Sieht so geheimnisvoll aus hier. Hey, äh, Vorsicht. Die könnte nach der Explosion instabil sein. Wer griebt denn mit Dynamie? Söldner. Aber Ray weiß es eigentlich besser. Hey, Sam. Hilf mir mal. Äh, was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Da passt die doch auch so durch. Da wäre man locker so durchgekommen. Wie dick seid ihr denn bitte? Die nächste Schlucht. Da unten lauert wieder der Tod? Wie immer also? Oder doch nicht? Okay. Haha. Geh mal da weg. Ich muss hoch. Sam. Sieht so aus wie das, wo wir schon mal waren. Ja, vollkommen. Äh, okay. Das war nicht so gut. Wieso hat er sich denn da jetzt wieder nicht festgehalten? War ich zu hoch? Also zu niedrig? Der hält sich da irgendwie nicht fest. Okay, dann. Geduldiger, silent. Dann kriegen wir das auch hin. Ich frag mich echt, wer die ganzen Sachen hier hingebaut hat. Sind das wirklich die Piraten gewesen? Um den Schatz zu bergen? Oder hier hinzubringen? Oder sind das, äh, ist das hier Rave gewesen, der die ganzen Sachen installiert hat? Nee, dafür sind die schon zu abgefragt. Sei bei dem super vorsichtig. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut. Ja, die Balken sehen auch mega gut aus. Vor allen Dingen, wenn man mit Dampf voll schön rechts drauf sprengt, dass man einen schönen großen Hebel hat. Das mögen alte Balken bestimmt so schön plötzliche Belastung. Neuer Tageboreintrag, gucken wir direkt mal nach. Wasserrad als Antrieb. Aufzugssystem. Versunkenes Schiff. Absichtlich versenkt. Haben sie hier Schätze hinaufgeschafft und die Schiffe versenkt, um den Eingang zu verbergen? Piratenweg. Hm, das klingt alles für mich sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber Nathan ist hier der große Schatzsucher und Abenteurer und nicht ich. Vielleicht hat er ja recht. Okay, in den Händen ist, glaube ich, der Friedhof. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Von der Händen aus haben wir vor zwei Episoden durchs Fenster geschaut. Haben hier hinaufgeblickt zu dem Kreuz. Und unter diesem Kreuz war hier dieser Höhleneingang. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Ach, kalt. Ja, glaube ich. Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstellt. Gruselige Dismos-Staturen? Ja, check. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Ist auf jeden Fall alles recht gut erhalten hier. Oh, ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Ein Loch? Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na, na dann, dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Äh, ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Voll gut. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das? Das ist nicht von Avery. Ist doch viel neuer. Hier. Das ist der Rhode Island-Pirat. Das ist der Rhode Island-Pirat. Thomas Tew? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tew starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Das ist doch alt. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tews Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Wer würdig ist. Kapitel 9. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die, die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tew will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Naja, die Frage ist, wer ist denn würdig für einen Piraten? Tews Segel? Was macht der in Schottland? Wer würdig ist, der erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Hm. Das ist jetzt die Frage. Wie erweisen wir uns als würdig? Wahrscheinlich, indem wir Piratenprüfungen ablegen. Die Brücke wirkt so sicher wie die anderen. Bis jetzt hat sie gehalten. Die berühmte letzte Worte. Also wahrscheinlich viel rumtrinken und Piratenlieder singen. Wenn wir das gut machen, dann sind wir würdig. Oh oh, beeil dich, Nate. Ja, ja, ist voll stabil. Ah. Ah. Ja, wie komme ich denn da hin? Schwingen kann ich nicht. Springen kann ich auch nicht. Ich kann eigentlich nur hier lang, oder? Hm. So, wenn du keinen Stein im Hintern hast. Ist auf jeden Fall ein neues Spielelement mit dem Rutschen. Haben sie, glaube ich, ein bisschen, ich sag mal, übernommen. Von Tomb Raider. Da gibt's das auch. Na, ich vermute, alles ist ganz anders nachher, als die beiden denken. Vielleicht sind ja sogar beide die gleiche Person. Keine Ahnung, ich bin... Kann auch sein, dass ich gerade total ein Quatsch rede. Also zurückgehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen, oder so. Oh je. Das sieht wieder aus wie ein Rätsel. Liebe Leute, aber weil das länger dauern wird wahrscheinlich, weil ich mich wieder sehr geschickt anstellen werde mit diesem Rätsel, werden wir hier diese Episode unterbrechen. In der nächsten Episode schauen wir dann weiter, dass wir das Rätsel um Averys Schatz lösen. Oder zumindest dieses hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bis dahin wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Euer Silent.